Stimmt, die haben ihn neu gekriegt, die Aufgaben. Stimmt, die Stimmt! Hier geht's! Oh, no, you don't! Complete resolved! Oh, yeah! Rips and Try? Rips and Try? Activating Combat Mode. Schmerzbomber. Ja, die tun wirklich weh. Bomber sind wirklich böse. BB-Brownie. Ich auch noch. Oh! Nibelheim 2. Activating Combat Mode. Bring it on! Gah! Got him! Complete resolved. Activating Combat Mode. Complete resolved. Later! Okay. Activating Combat Mode. Out of the way! Hey! Complete resolved. The end! Oh, yeah! Activating Combat Mode. Deinen guten Appetit? Pauni. Complete resolved. Activating Combat Mode. Complete resolved. Got him! Infinite resolved. Complete resolved. Complete resolved. Activating Combat Mode. Complete resolved. Ich werde auch morgen nur Essen bestellen. Mir ist so egal, morgen der Tag. Wir haben gerade mal 50 Prozent. Aber hey! Wir haben 50 Prozent. Ich verbringe 90 Prozent des Tages auf der Arbeit, von daher ... Ich im Grunde auch. Vielleicht 70, 30. Ja, kann sein, dass ich morgen ein bisschen früher anfange als 18 Uhr, aber 18 ist heute ... das späteste, was ich anfangen würde. Aber kann gut sein, dass ich morgen früher anfange. Sehen wir dann. Oh neee! Oh neee! Nöö! Nicht du! Oh neee! Das ist genau dieser blöde Kacksack! Hm. Was war nochmal gegen den Gut? Ich hab's vergessen. Oh oh! Krieg ich wieder was auf die Nuss? Oh nöö! Oh! W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w? Das tut doch weh! Au! Ich mache immerhin trotzdem ein bisschen Schaden. Nicht so wie beim letzten Mal, wo ich zu schwach war. Die sind wirklich voll okay. Ich dürfte eigentlich gar keinen Schaden machen. Ich habe einen Schaden. 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 Das Geschäft hatte ich tatsache vergessen, daran konnte ich mich nicht mehr erinnern. Komplett Resolved. Activating Combat Mode. Komplett Resolved. Activating Combat Mode. Komplett Resolved. Ich mag die Dämonen nicht. Ich finde es faszinierend, dass er das Schwert, das er mit sich trägt, überhaupt halten kann. Das ist gefühlt so groß wie er. Ja, vor allem wie eine Feder einfach. Der hebt es hoch und schleuert es wie die Feder. Ich habe das Schwert halt auch hier. Ich muss das mit zwei hinten hochheben und ich kann das nicht mit dem Feder da rumschleudern, als ob es nichts wiegen würde. Als ob er Pappe durch die Gegend schleppt. Schon krass, was er für eine Kraft auch hat. Ich würde auch zusammenbrechen. Ja, das ist wirklich schwer. Das ist wirklich schwer. Activating Combat Mode. Ja. Oh, ja. Hast du eigentlich das Kalisto-Protokal gekauft, Lisa? Äh... Nein, das habe ich noch nicht gekauft. Und wenn... Ich will auch keine Spiele geschenkt haben. Ich muss die Sachen auch absetzen. Nur so mal nebenbei. Aber nee, ich habe es noch nicht geholt. Ich habe ja gar keine Zeit. Chuchu Chiles muss ich auch noch spielen. Machen wir dann, ähm... Auf Wald. Ja, und ich erwähne es einfach nur so, Keks. Jetzt ist auch nichts dabei. Ich habe nur geantwortet. Oh, oh. Oh, nein. Das Vieh immer mit seinem scheiß Todesfluch. Ich hasse es. Ja, ich mache die Zusatzinfo halt bewusst, weil, äh, ich sind das Probleme nächstes Jahr nicht. Oh, nee. Oh, komm. Schon wieder dieser blöde Schmock hier. Ich habe keine Gutschein-Codes mir dieses Jahr. Äh, Gutschein kann ich auch nicht absetzen. Ich kaufe mir schon meine Spiele selber. Wobei, ein Gutschein kommt auf den Gutschein an. Wenn es jetzt direkt das Spiel ist, schwierig. Ja, Gutham-Code. Ich habe einen Gutschein für ein Spiel jetzt nicht. Achso, doch. Das geht, Chloe. Das Spiel suche ich mir ja dann aus und hol's. Ja, das ist das Spiel. Ja, das ist das Spiel. Ja. 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 Lieber eine eigene Mildung bilden und es, äh, oder es sein lassen, finde ich. Ja, ich werde es, ich werde es noch spielen. Ich kam jetzt halt nur einfach nicht dazu. So, wir haben jetzt noch neue Einkaufs-Gongaga-Handels. Ja, ja, ja. Ich habe einfach alles schon, ne? Das ist schon, ja. Ich besitze einfach alles. Bin gespannt auf Chuchuch-Chez, muss ich sagen. Ja, das soll, äh, das wird lustig, ja. Ist der Held wirklich von uns gegangen? Wäre ich nur eher Nibelheim angekommen, dann hätte es interessant werden können. Jetzt müssen wir uns mit einer Simulation begnügen, die ich mithilfe der Daten des Überwachungssystems aus dem Makro-Reaktor entwickelt habe. Oh, oh. Wo? Activating combat mode. Di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. die die zu der w aber ich würde musik Ich kann die, 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 die. Das ist die Rass. Oh, geil. Das ist die Musik, die ich steckte. Oh, okay. Oh, okay. Ja, jetzt rastet er richtig aus. Ja, jetzt rastet er. Hylko, schick dir dein Weihnachtsgeschenk. Was? Okay. Ein verwirrt und so. Ich speichere mal die, was? Aber ich hatte gerade wirklich nur nur ein HP, ne? Nur nur ein fucking HP. Hm. Hm. Ich seh's gerade. Danke, Keks. Dankeschön. Dankeschön. Steffi Rose. Arigato. Arigato. Dankeschön. Dankeschön. einlösen das ist besser weil ich sehe jetzt nur den bot den code chat und sturm pony was ich liebe es wenn mein passwort falsch ist wo ich genau das eingebe was ich immer eingebe aber ist okay okay ich kann mich gerade nicht anmelden warum auch immer ich kann mich nicht anmelden ja dann kann ich das jetzt nicht machen keine ahnung ja ich lasse es mal lieber nicht dass ich dann noch gesperrt werde oder so es nervt mich gerade dass es nicht geht muss man gleich pause machen nochmal gucken sowas regt mich voll auf ich gucke Kekse. Ich weiß nicht, was da gerade schon los ist. Ich muss dem Grund mal kurz auf die Sache gehen. Hast du ja aufgeregt? Ne, das Playstation-Ding regt mich auf. Ich gebe mein Passwort ein und der Sack ist falsch. Das nerv ich wohl. Obwohl es genau das Passwort ist, was ich nutze. Dann kann ich sowieso noch mal kurz auf Toilette. Das wäre gar nicht mal so schlecht.